Gottschefront. Dass die vier Jungs aus Bitterfeld immer für eine Überraschung gut sind, dürfte jedem bekannt sein. Aber mit ihrem neuen Album Ostgold 25 Karat hat wohl niemand gerechnet. Selten haben sich die Jungs so facettenreich und so vielfältig gezeigt. Sie nehmen euch mit auf eine kunterbunte Reise durch diverse Musikgenres. Sei es Reggae, Ska, Polka, Klassisch oder Rockig. Mit 25 Karat kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Das Album kommt wie gewohnt als CD, Doppelpicture-Vinyl oder als limitiertes Boxsetter. Der Osten rockt!